Soviel Damage jetzt um 644.000 Junge. Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crancross. Heute haben wir mal Sariel Seltris gegeben. Seine Quelle ist, dass er jetzt 50% weniger, äh, 54% Quit-Defense ignoriert, wenn er quittet. Und er ist ja, glaube ich, super wagt, glaube ich, so agiert. Und gucken wir mal, wie viel Damage er jetzt macht, mit Sariel als Support, sag ich mal. Hoffen wir kämpfen gegen viele, oh, Sariel, komm. Ja, fangen an, wir könnten, schaffen wir ihn gleich zu töten. Gleich One-Shotten. Wir machen gleich zweimal hier. Einmal das, und vielleicht seid ihr schon tot. Sollte eigentlich tot sein. So, mit viel Damage machen wir jetzt. Ja, 117.000. Und, oh, er ist leider noch nicht tot. Och, nö. So knapp. Den hast du als Backup, irgendjemand der, der Verteidigung gibt, wa? Hm. Ja, okay, machst du das halt? Hast du keine Sariel-Karten? Oh, jetzt. Aua. Aber wir leben noch. du musst jetzt sterben und wir machen glaube mal ein schild ja noch mal jetzt bist aber tot ja jedoch sondern was schild unsere die fähigkeit aktiviert und wir haben natürlich keine selteres karte das war so typ ist so klar ja stück jetzt großer wiederbelebt der lebt noch stück nie ich glaube ich bin die lasten karte lassen ja noch vielleicht können wir nächste runde ja komm auflösen er kann jetzt karten verbinden und ja okay stimmt jetzt größer ah wir haben drei so stirbt jetzt unser großer ja komm warum hast du groß war nicht angegriffen der gott ist tot ja wollen wir gucken wie stark rang rang aber kann zwei sollte auf jeden fall erreichen deswegen machen wir das so großer stoppt uns jetzt nächste runde 224.000 kommen selteres karten ja ich glaube das war groß oder greifst ihn an oder halt nicht dann machen wir es halt so kommen schaffen wir es ihnen zu quitten erst grünen wir sind blau komm selteres jo und jetzt noch mal yeah ey war grün und wir haben 176.000 gemacht sag ich ein bot irgendwie spielt da ein bisschen komisch aber wie sie dann aus jetzt selteres 357 trittet der mit wir machen noch ja noch was eigentlich maximum 300 ob es wir haben jetzt okay wir haben für maximum erreicht maximum damage suck mutter und den hätte ich echt gerne im team jetzt selteres mit sari und ledusiel aber alle von uns ist höher als der ledusiel das ist schon traurig tötet jetzt deinen klo das kann ich nur einen geben und das sind wir der sollte jetzt tot sein warum quittest du jetzt nicht er könnte sonst immer natürlich jetzt nicht ach junge warum tust du das wenn wir grad nicht angreifen war hast keine karten oder wartest du noch wir könnten jetzt betäuben kann machen wir jetzt einfach mal und auch entschuldigt weil wir es können ja ich will es jetzt machen ist denn er ist ein selteres betäubt nächste runde tod kommen mehr nein doch das ist doch warum kriegt man eigentlich so viele großer karten immer bekommt er auch immer so extrem viele große karten da kommen machen wir noch rang 2 schuld hinterher bestimmt jetzt ja ok beide gleich sehr gut und so bin das als backup auch wenn es gott es jetzt ist hast du keine chance des piers war jetzt mit selteres erschaffen wir jetzt größer zu töten ich habe die schuld gekommen er tut man jetzt aber hoffentlich du bist jetzt tot greifen und holten nächste runde denn du kannst nichts machen wir machen dich fertig da vielleicht grittet er jetzt natürlich in grittest du aber den klonen willst nicht töten so den kampf haben wir jetzt gewonnen deswegen wird jetzt übersprungen gottes list und sahriel wir brauchen echten held der das akt deaktivieren kann dass man nicht reviven kann es wäre so gut wirklich so gut und die auch noch auch gott leute was tut ihr mir hier an da müssen wir träumen träumen gleich beide hier haha jetzt machen wir schon mit angriff deaktivieren und wir haben so gute karten mit selteres das ist echt fies bitte macht das nicht wir haben keine karten mit selteres wir haben nix überhaupt nix ja du machst jetzt ok 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 wir könnten ihn jetzt töten kommen reicht schon stufe 2 reicht stufe 2 schon ich hoffe es ja ich hoffe stufe 2 reicht gleich haben schon selteres ja und jetzt stufe 3 boom das war's mit deinen dings bums sahriel und noch lust werden als backup das ist wirklich ein widerliches team junge dein team ist nicht schön überhaupt nicht oder beträumt oder was ach ja ja natürlich natürlich weiter zu machen könnte ich schön aber wollen wir nicht wir können nicht drunter mich an drei schuld machen kommt durch ja okay wenigstens gottes list auflösen so rang 3 schuld ja schuld ich einfach und angriff der wir nein ok schaffen wer es ihn zu töten wir gucken mal go selteres stufe 3 schuld ich hoffe das geht durch die durch den schild ja gut und jetzt schaffst du es ja dankeschön selteres los aber weg und wir haben drei ultis jetzt geht's ab holten mit selteres ja schaffst du kommst du schulden nein natürlich nicht bitte nicht aufgeben ich will deinen lassen wir mich holten wie wir aus 16.000 angriff wo jetzt ab jetzt kommt der mit stößt und noch mal mit selteres mit gottes lüsten bis jetzt nicht holten so viel damit schätzt um 644 tausend junge keine schnitte hast du gewonnen trol aber mehr und hat kein gottes list also und gleich ja das gefällt uns sehr das mögen wir sehr sogar gräufen und hoffentlich kürten wir mit selteres wenn manchmal wenn es wichtig ist dann sagt er einfach nein und wir sagen tschüss auf wiedersehen sariel jetzt ist er weg dein damage dealer was machen wir dann rang 2 schild vielleicht wen greifst an gottes list ist etwas steinert uns egal ok du willst holten nicht mit uns schau mal sehen beide überwarte überwarte machen doch sonst lieber so und wir betäuben ihn oder ihn kommt dem land wohl kam mit einem wetter betäubt und ja ja das sieht gut aus gleich rang 2 eigentlich wird dadurch immer unser selteres gebufft wenn er immer die kuhl verliert machen noch mal machen wir jetzt das hier oder das wir machen erst mal das vielleicht kann man auch mal da haben wir nächste runde 2 stufe 3 so haben wir gleich zwei stufe 3 ja nicht wirklich aber wie machen wir das jetzt eigentlich ist das gut dann schild und dann stufe 3 war wirklich aber schauen wir jetzt haben wir wieder maximum mit damage so wie liquid damage hat selteres denn jetzt 320 ist das noch nix maximum machen so dann vielleicht rang 2 schild noch hinterher und dann stufe 3 ein bisschen heilen ein bisschen heilen komm schon selteres hau ihn weg boom 25.000 oh danke für den buff so jetzt stirbt dein ghost vielleicht hoffe ich mal vielleicht wird er gequittet aber da gibt's maximum erreicht sollte eigentlich ja 357 also 125 prozent quit damage ist das höchste sollte sollte jetzt sterben wenn nicht wirst du beträubt ja ach tut euch einfach beide so leute das war's wenn es euch gefällt würde mich riesig freuen wenn ihr sie bewerten würdet und ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen tag bis zur nächsten folge tschussi 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 tschussi